Eine rhetorische Frage. Ein Markt, der schwach ist, der fallen will und auf den richtig schlechte Nachrichten treffen, was macht der? Bleibt er stabil und lässt alle Anleger nochmal gemütlich short gehen und die Aktien verkaufen? Nein, so funktioniert der Markt in der Regel nicht. Wenn der Markt schwach ist und es kommen schwache Nachrichten, schlechte Nachrichten, wird er fallen und zwar schnell. Wenn der Markt das aber nicht tut, wenn er auf schlechte Nachrichten nicht mehr nachhaltig schwach reagiert, wenn er dagegen steigt, dann gibt es nur eine Folge, eine Konsequenz. Der Markt ist stark, der Markt möchte steigen, der Markt wird in den nächsten Wochen nicht fallen. Von daher das Fazit, lassen Sie die Bären Bären sein, bleiben Sie auf der Long-Seite, lassen Sie die Sache laufen.